Das war knapp. Ach komm. Ich hab auch dieses Gefühl... Was heißt dieses? Ich hab das Gefühl, dieses Level hat kein Ende. Boah, das war aber jetzt sehr knapp. Ernsthaft? Ja. 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 Schon wieder mittendurch so ein Ding. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Sonic 06 nicht so häufig passiert. Und ich lobe gerade immerhin Sonic 06, das heißt was. Das einzige, wofür Sonic 06 je Lob bekommen sollte, ist eigentlich das Soundtrack. Das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Oh pittah! Also Schienen wechseln Ich habe vor ein paar Monaten noch Sonic 06 gespielt In ein paar Level Und einzelne Level hatte auch so Schienen Du konntest da sogar problemlos die Richtung wechseln Wenn du es ein bisschen getrickst hast Das hat besser funktioniert als das hier Das hat besser funktioniert als das hier Oh nein. Ahhhh Yes! Ahhhh Barely made it You never cease to surprise me, Blue Hedgehog I thought that capsule you were in exploded in space You know, what can I say? I die hard You actually saved me, you know It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way you could have activated the Chaos Control Using an Emerald that's fake So, there's more than you than just looking like it What are you anyway? What you see is what you get Just a guy that loves adventure I'm Sonic the Hedgehog I see, but you know I can't let you live Your adventure days are coming to an end Before this is over, I'll show you the true power of Chaos Control! Here we go Time to put this This is the ult Ernsthaft? Was war das gerade bitte für ein Krampf? So, kann ich die Cutscene überspringen? Ja, nice. Zeigt mir gar nicht erst an. Was war das gerade? Okay, einfach mal weiter von hinten Spamlash. Wer hätte es gedacht, Spamlash ist die Ultimate Power. Das hat glaube ich gerade nicht geklappt. Das ist die Ultimate Power. Das ist die Ultimate Power. Das ist die Ultimate Power. Okay, was? Das hätte jetzt einfach funktioniert. Das ist die Ultimate Power. Das ist die Ultimate Power. Das ist die Ultimate Power. Okay. Awesome job, Tails. Sonic! Und? Look outside! Oh! Okay, Hero Story ist durch, aber ich brauche jetzt eine Pause, also Dark Story wird heute nichts mehr. Darf ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Sonic Adventure 2! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017